AC Fight Night. Die internationale Boxgala in Weinheim wird präsentiert von der Volksbank Weinheim. Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt. Internationale Atmosphäre im AC Sportpark in Weinheim. Beim Ländervergleich zwischen Deutschland, Italien und der Schweiz in der blauen Ecke. Eduard Schmidt. Bundesliga- und Nationalkaderboxer. Mehrfacher deutscher Meister. 116 Kämpfe, 80 Siege. Ein technischer Leckerbissen für das sachkundige Publikum in Weinheim. Der Mann vom Boxring-Villingen-Schwenningen gewinnt klar, lässt seinen Schweizer Gegner immer ins Leere laufen. Setzt seinerseits punktgenau Treffer und geht dann gleich wieder auf Distanz. Motor hinter der Veranstaltung. Resa Müller, Trainer und Macher der AC Boxabteilung. Er hat als internationaler Kampfrichter die nötigen Verbindungen und die Erfahrung von 232 Kämpfen als aktiver Boxer der iranischen Nationalmannschaft. Tauscht Nadelstreifen gegen Trainingsanzug. Ich fiebere mit, ich bin ganz nervös. Ich habe jetzt im Moment, zeige ich vielleicht ein bisschen Ruhe, aber ich bin genauso nervös wie meine Schüler. Das wird im letzten Drittel sein, wo ich zweimal als Trainer auftauche und versuche ich mit meiner ganzen Erfahrung, meine Tipps, die ich geben werde, vielleicht mal heute einen Sieg rauszuschlagen. Espin Navarro Lara, blaue Ecke, tritt in der Klasse bis 69 Kilogramm gegen den Italiener Mario Crappelli an. 16 Kämpfe, 7 Siege, genauso viele Niederlagen stehen beim Weinheimer Lokal-Matador zu Buche. Der kann eineinhalb Runden lang den Kampf offen halten. Vizemeister C-Klasse, Meister B-Klasse, der Trend zeigt nach oben. Aber letztlich kommen die Schläge des Italieners doch etwas häufiger durch. Mit 1 zu 2 Stimmen verliert der Weinheimer. Alle anderen Kämpfe verliert das italienische Team. Wofür auch der Weinheimer Timo Glessmann sorgt. Der 81-Kiloman tritt gegen Matthias Caccia an. Und diesmal geht der Kampf mit 2 zu 1 Kampfrichterstimmen an den Schützling von Reza Müller. 33 Kämpfe, 23 Siege, bis auf die Nummer 1 hat er in Baden-Württemberg schon alle geschlagen. Schöner Uppercut in der zweiten Runde, das war's für den Italiener. Davon erholt er sich nicht mehr. Leckerbissen aus regionaler Sicht. Der Nationalkaderboxer Dias Kusembaev vom KSV Schriesheim, blaue Ecke, gegen den Italiener Juliano Gallo. Klarer Sieg für den Schriesheimer, der den Abend aus baden-württembergischer Sicht abrunden kann. AC Fight Night. Die internationale Boxgala in Weinheim wird präsentiert von der Volksbank Weinheim. Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt. Die internationale Boxgala in Weinheim. liebkaner Distanzer und Effortage. Cortaltaktär kicking